hallo und herzlich willkommen bei kaiser tv heute bei mir zu gast ist vlad yachchenko und wir sprechen über die wahrheit über den ukraine konflikt naja die wahrheit das ist so die frage wir wollen das ganze zwar auch ein bisschen philosophisch beleuchten gibt es überhaupt eine wahrheit die wahrheit gibt es doch gar nicht sagen viele ich oder jeder hat seine eigene wahrheit ja aber doch suchen wir doch irgendwie wir streiten über sie und das wenn wir vielleicht heute auch machen bzw mit blatt zusammen beleuchten wie man am besten sprechen kann und ja wir wollen nicht belogen werden also wenn es keine wahrheit gibt oder jeder seine eigene wahrheit gibt warum wollen wir denn dann trotzdem nicht belogen werden viele sagen auch die wahrheit liegt irgendwo in der mitte ja aber wo genau und wie kriegen wir diese mitte daneben aus gibt es überhaupt die möglichkeit ein umfassendes neutrales bild von der situation in der ukraine zu bekommen oder sind wir da rettungslos den medialen mechanismen der aufmerksamkeitssteuerung der deutungshoheit ausgeliefert ja es überhaupt einen konflikt zu nennen ist ja schon damit fängt es an ukraine konflikt sagen andere das ist ein krieg oder ein angriffskrieg also sprache lenkt natürlich unter unser denken begriffe werden verwendet um uns auch in bestimmte richtungen zu stoßen und das ist das fachgebiet von vlad jahrtschenko und auch unser unser thema heute vlad schön dass du da bist ja schön wieder hier zu sein ich werde dich ganz kurz vorstellen und auch den zuschauern einen hintergrund geben warum du meines erachtens wirklich der geeignete gesprächspartner für dieses thema bist vlad jahrtschenko ist mehrfach ausgezeichneter kommunikationsexperte speaker business coach und mehrfacher spiegel bestseller autor bücher zum beispiel weiße rhetorik dunkle rhetorik und jetzt gerade erschienen manipuliere dich glücklich psychologische techniken für mehr zufriedenheit ihr seht schon es geht um rhetorik es geht um manipulation wir haben auch schon einige interviews auf kaiser tv miteinander gehabt link könnt ihr hier oben sehen vlad ist nicht nur all das sondern er ist selber und jetzt kommt geboren in der ukraine damals noch sowjetunion oder vlad ja genau 1985 geburtsjahr und insofern um genau zu sein war das die ukrainische sozialistische sowjetrepublik so stets zumindest auf der geburtsurkunde okay wie lange hast du dort gelebt seit wann bist du in deutschland zehn jahre habe ich dort gelebt das heißt ich habe die grundschule das sind drei klassen in der ukraine gewesen dort besucht und bin dann in die vierte klasse nach deutschland gekommen vielleicht auch interessant aus der stadt dnepr petrovsk oder heute dnipro die liegt direkt am dnepr an diesem fluss großen fluss der die ukraine so ein bisschen teilt in den westlichen eher ukrainisch sprachigen teil und in den östlichen teil und wie bei häufig bei großstädten war die sprache im dnepr die russische sprache und ich kann fließend russisch und bruchstückhaft ukrainisch das vielleicht zu meiner biografie okay also das heißt die ost ukraine ist dein dein herkunftsland sozusagen und du merkst jetzt wahrscheinlich selber diese aufgeheizte stimmung wir haben überall in der gesellschaft solche solidaritätsbekundungen wir können oft sehen wie die menschen darauf reagieren und wie sie dazu stehen aber bei dir persönlich wie sprichst du selber mit den menschen die das jetzt von dir wissen hat vielleicht kommt doch daher der hat doch bestimmte eigene meinung dazu die dich auf die situation ansprechen gibt es da bei dir startet da so ein bestimmter mechanismen sagen okay aufgepasst jetzt versuche ich dass eben bestimmte dinge so neutral wie möglich rüberkommen oder ich lege schon meine eigene voreingenommenheit lege ich sozusagen schon hier auf den tisch also was ist da deine dein mechanismus deine vorgehensweise deine zuschauer werden sicherlich den tacitus den alten historiker kennen der hat glaube ich den besten ausspruch gebracht den man bringen kann sine ira at studio hat er mal geschrieben also ohne zorn und eifer und das ist auch der aspekt mit dem ich in dieses interview reingehe ich weiß ja gar nicht was für fragen genau kommen und in jedes andere interview oder gespräch auch was ich merke ist dass wenn die emotionen hochkochen dann blockieren die leider das gehirn und die diskussion oder die debatte wird dann leider sehr schnell unsachlich es kommen at hominem attacken es kommen vorwürfe auf anderen ebenen brunnen vergiften da gibt es ja in der schwarzen dunklen rhetorik viele tricks und ich nehme mir immer vor auch vor diesem interview einfach ohne zorn und eifer das zu sagen was ich weiß und idealerweise auch meine quellen dazu zu benennen denn quellen das hast du ja wunderbar in der einleitung angedeutet die sind ja extrem wichtig dafür um zu verstehen woher weiß ich das was ich weiß es gibt ja von immanuel kant auch die ganz berühmte frage was können wir überhaupt wissen und heutzutage muss man hinzufügen und woher wissen wir das was wir wissen können und wenn du magst kann ich auch ein paar inhaltliche sachen natürlich sagen also was meine ansicht ist zu welchem thema aber ich denke dass die quellen die wir nutzen um uns zu informieren auch stichwort zu corona maßnahmen zur corona politik die sind ja letztlich auch entscheidend dafür welche meinung wir uns anschließend bilden und auch im ukrainekrieg ist natürlich die große frage über welche kanäle informieren wir uns und daraus entsteht dann häufig eine begründete meinung manchmal ist etwas besser begründet manchmal etwas schlechter wenn wir die diskussion um die corona maßnahmen um die politik jetzt mal zum als vergleichsschablone herannehmen kann man ja sagen dort gab es eine sehr große einseitigkeit und gibt in den medien in dem was wir die menschenmedien nennen und in ja in der veröffentlichten meinung wie man so sagt nimmst du die debatte in bezug auf den ukrainekonflikt ähnlich war mit einer ähnlich großen ausgrenzung auch von bestimmten stimmen mit einer ähnlich großen setzung von ja bereits nicht hinterfragbaren positionen oder hat sich dort das debatten klima ein bisschen aufgeweicht das ist eine super spannende frage und die antwort darauf gebe ich vielleicht mit einer gästin die bei mir im podcast und in der sendung auch war mit ulrike gero sie ist ja auf der anderen seite also nicht auf der seite des mainstreams beim ukraine thema und wirbt für das verständnis im sinne von verstehen der hintergründe warum putin die ukraine überfallen hat und ich glaube das große mainstream drama ereignet sich dann bei marcus lanz ist ja wahrscheinlich mit die beliebteste polit show heutzutage wo sie dann alleine diese eine meinung vertreten hat und die anderen drei gäste inklusive marcus lanz haben dann sie ständig unterbrochen und ich bin als argumentationstrainer selber sehr gespannt darauf gewesen was sagt denn die frau gero dazu was ist denn ihre genaue position ich habe mir den marcus lanz angeschaut aber ich konnte das gar nicht herausfiltern weil sie ständig nach einem oder zwei sätzen unterbrochen wurde und das war für mich natürlich als jemand der zehn jahre lang debattieren betrieben hat als studentische sportart sehr sehr unfair dass man einer gästin das wort ständig abschneidet ich finde man soll das pro und das contra sich genau anhören denn erst durch die beiden seiten kann man eine feine positionierung auch selber in sich treffen und in sich finden und insofern ist es schon gerade ähnlich von der debattierkultur wir hatten ich erinnere mich auch beim corona da hat der bundespräsident steinmeier auch leute geladen zu einer offenen diskussion nur waren die die corona und impf skeptisch waren dann online zugeschaltet und die anderen durften dann zusammen mit dem steinmeier sitzen und sicherlich haben sie ein bisschen tee und kekse bekommen also das heißt es gibt keine gleichwertige freie position oder möglichkeit die positionen auszusprechen das kann ich auf jeden fall beobachten auch im ukrainekrieg es gibt immer den mainstream aber für mich mit tacitus ohne zorn und eifer zu sein für mich ist es aber auch egal was die mainstream meinung ist sondern ich versuche genau wie du das schöne einleitung gesagt hast zumindest der wahrheit etwas näher zu kommen also ich gucke nicht darauf wer wird unterbrochen und wer wird immer wieder eingeladen und auf meinem eigenen youtube kanal lade ich auch beide positionen ein also ich habe zum einen den daniele ganzer der als historiker ihr die russland politik versteht nachvollziehen kann er rechtfertigt sinnig aber er sagt das ist halt der nächste logische schritt wenn die ukraine in die nato wirklich aufgenommen werden sollte und dann lade ich aber auch ruprecht polenz ein der lange jahre war vorsitzender des auswärtigen ausschusses im bundestag war der sagt es ist unsere moralische pflicht die ukraine mit schweren waffen zu verteidigen und das finde ich immer am schönsten wenn man beiden seiten die bühne gibt und der zuschauer und der mündige bürger er kann dann entscheiden welche argumente welches speakers welches redners ihn am besten überzeugt haben das sollte ja eigentlich auch die aufgabe der medien sein als vierter gewalt im staat etwas was ja nicht nur ich in den letzten jahren teilweise jahrzehnten auch in der deutschen deutschsprachigen medienlandschaft sehr vermissen auf der anderen seite wie du auch richtig sagst darf man ja auch nicht den fehler machen die mainstream meinung schon per se für falsch zu halten nur weil es die mainstream meinung ist ich muss zugeben dass sie natürlich durch gewisse erfahrungen dann immer schon so eine voreingenommenheit habe und merke wie da doch eben meinung gesetzt wird und bestimmte meinungen ausgeklammert werden da scheint mir auch eine gewisse absicht oder eine strategie dahinter zu sein aber muss das dann sein dass alles von dieser seite aus falsch ist dass man zu sagen alles nur als propaganda abtut und dann auf der anderen seite nicht merkt wie man doch vielleicht einer propaganda von anderen seite auch unterlegen ist teil dieser propaganda ist ja du hast es ein schönes beispiel gebracht finde ich diese positionierung corona maßnahmen kritiker werden nur online eingeladen das fremd ja auch schon allein durch dieses setting und framing wird natürlich auch vor allem sprachlich hergestellt durch bestimmte begriffe wie siehst du das in dem bezug auf den ukraine konflikt gibt es meint deines erachtens begriffe die bewusst verwendet werden mit welchem zweck werden die verwendet und gibt es begriffe die ja umgedeutet werden auch im sinne von einem newspeak nach orbel und gibt es begriffe die deiner meinung nach zu wenig vorkommen die man eben auch benutzen sollte ja also der wichtigste hauptbegriff ist natürlich der der spezialoperation in der ukraine ich habe mir gestern genau zur vorbereitung auch auf dieses interview auch extra mal russische nachrichten angeschaut also die klassischen novosti das sind die news auf dem hauptkanal auf dem perv kanal heißt der der erste kanal und gleichzeitig auch eine sendung vremer packaget also die zeit wird es zeigen was da eigentlich gesagt wird und es läuft tatsächlich muss man sich vorstellen wie beim beim tele sales telefon oder fernsehverkäufen dann auch immer das wort spezialoperation in der ukraine dass also niemand das wort konflikt oder krieg auch mal in den mund nimmt und natürlich neben diesem begriff der immer eingeblendet wird rechts und links neben dem moderator gibt es natürlich und das wissen deine zuschauer die androhung von gefängnis bis zu 15 jahren wer das wort krieg benutzt und wer der öffentlichen meinung des der von putin und der putin progräufer widerspricht und das ist natürlich auf jeden fall nicht nur dunkle oder schwarze rhetorik dass man also einen bestimmten begriff durchsetzen möchte in der gesellschaft sondern auch den leuten androht wenn ihr etwas anderes sagt dann gibt es für euch gefängnis und was ich immer spannend finde ist ja auch viele auf deinem kanal werden sich ja zu recht fragen welcher propaganda kann ich denn glauben auf der einen seite diese extreme putin propaganda mit der androhung von gefängnissen aber es gibt sicherlich auch eine gewisse nato oder westliche propaganda oder auch us propaganda ist ja offensichtlich dass usa nummer eins der wichtigste staat in der nato ist dass man denen auch etwas genauer auf die lippen schaut und sagt was und wie argumentieren die denn eigentlich und für alle leute die sagen ja welcher propaganda kann ich glauben habe ich ein interessantes gedankenexperiment was ich ganz gerne nutze noch aus meiner debattierzeit und zwar lautet das so stellen wir uns vor die putin propaganda ist extrem falsch und extrem geframed und alles was dort herkommt ist eine große lüge und dann stellen wir uns das gleiche vor auch die nato und west propaganda alles was daher kommt ist auch falsch und ist auch unrecht und all das verzerrt die realität und dann würde ich mich in diesem gedankenexperiment fragen in welcher welt möchte ich denn eigentlich leben und wenn wir uns dann wiederum auf die putin propaganda fokussieren die gegner von putin werden entweder eingesperrt wie hadarkowski oder nemzow erschossen oder vergiftet wie der ukrainische präsident yushinka im jahr 2003 2004 bei der orangenen revolution das heißt in dem eigenen propagandabereich sind wir vielleicht mit falschen informationen umgeben aber wenn ich das gegenteil davon sage werde ich vergiftet oder umgebracht oder 15 jahre eingesperrt während ich in dem anderen propaganda universum dennoch zumindest frei reden kann und ich glaube für alle die sich nicht entscheiden können und nicht der propaganda trauen ist das ein experiment interessantes gedankenexperiment und weil deine follower auch auf die philosophie großen wert legen es gibt von voltaire glaube ich das zitat ich hoffe ich kriege das richtig auf die reihe finde raus wen du nicht kritisieren darfst und dann weißt du wer über dich herrscht ja also sinngemäß das ist bestimmt nicht wortwörtlich und gerade in dieser putin welt wenn du kritisierst dann wirst du ganz ganz schnell niedergemacht auf gefängnis gift oder oder mordanschlag und hier können wir uns zumindest frei unterhalten über alles was in der westlichen propaganda passiert und auch während der corona krise natürlich wurden beispielsweise bei mir auf dem kanal fünf videos zensiert zum thema corona zum thema impfungen aber zum glück können wir trotzdem frei sprechen und einige kanäle werden demonetarisiert da können wir auch namen nennen du und ich und wir müssen unser recht erstreiten mit anwälten die viel geld kosten aber zumindest ist in der westlichen propaganda bubble wenn wir sie so nennen mehr freiheit und selbstbestimmung möglich als in der östlichen propaganda und das glaube ich ein ganz interessantes gedankenexperiment um diese unterschiedliche wertigkeit und gewalttätigkeit der beiden systeme zu vergleichen und die muss man auch immer wieder herausstellen um sich da auch selber nicht der eigenen voreingenommenheit der zu unterliegen und sich da ja ein gewissen bias da schuldig schuldig zu machen ich finde dieses gedankenexperiment sehr gut es erinnert mich ein bisschen so an die frage wo möchtest du lieber leben in schöne neue welt von aldis huxley oder in 1984 von george orwell und da würde ich allerdings manchmal auch sagen ist es nicht ja natürlich möchte ich nicht erschossen werden und ziehe ich die deutungshoheit bestimmte bestimmter meinungsgeber im westen den knallharten zensursanktionen in ordnung autokratischen staaten vor das klingt irgendwie komisch aber ist das ist so auf der anderen seite weiß man nicht woran man ist ja ich denke alle oppositionellen in russland wissen von wem sie beherrscht werden weil es ja auch dann so da steht aber viele die sich vielleicht im westen ja eigentlich oppositionell verhalten würden wissen gar nicht dass sie es tun würden weil sie auf eine ganz andere art manipuliert werden aber das ist sehr weitführende frage und auch sehr philosophische frage wenn du jetzt nach diesen begriffen invest im osten gesehen hast in russland gesehener spezialoperationen gibt es welche in den westlichen medien die deiner meinung nach vorherrschen also angriffskrieg habe ich sehr oft gehört in dem zusammenhang ich kann auch mal wirklich ganz konkret fragen wie wie stehst du inhaltlich zu diesem begriff ist es für dich eine angriffskrieg oder ist es auch schon eine frage die letztlich eine seite das ist ja auch interessant zu sagen mit das mit dem begriff jetzt in dir diese diese neutralität schon wieder zerstört wird die man sich ja auch erhalten will ja also ich bin gar nicht der typ der neutralität erreichen möchte also ich bin auch bei corona maßnahmen nicht neutral ich bin beim bei der schulpflicht nicht neutral und ich bin auch beim ukraine krieg nicht neutral unabhängig jetzt von den wörtern die ich dann auch dafür nutze aber natürlich der der klassische begriff ist der angriffskrieg der im westen benutzt wird der klassische begriff ist der überfall auf die ukraine häufig wird das auch mit dem zusatz rechtswidriger überfall dann noch ein bisschen deutlicher gemacht und ich glaube auf auf der rein völkerrechtlichen ebene gibt es gar keine große ich würde mal sagen zwietracht ob das jetzt wirklich ein angriffskrieg auf die ukraine ist weil wir ja auch objektiv und da kommen wir vielleicht auch ein stückchen dann der wahrheit näher wir haben offensichtlich ein territorium der ukraine die seit 1991 ein selbstständiger staat ist der auch anerkannt ist der jetzt seit 30 jahren in der uno ist zu der beispielsweise mir einen pass erstellt hat und dessen existenz auch von anderen 190 staaten der uno auch ohne irgendwelche zweifel akzeptiert wurde und auf der anderen seite haben wir 2014 ein stück dieses staates nämlich die krim die besetzt wurde von den russischen streitkräften und die jetzt auch von russland kontrolliert wird also annexion ist ja die vorstufe der integration in das in die russische föderation also auch wladimir putin würde nicht bestreiten dass im jahr ich sag mal 85 dass die sowjetunion war im jahr 95 die ukraine und im jahr 2014 dann russland also diese annexion und dann integration das würde glaube ich auch wladimir nicht bestreiten und was wladimir auch nicht bestreiten würde ist dass er mit einem mächtigen aufgebot von soldaten versucht die ukraine oder teile davon einzunehmen oder wie er sagt zu demilitarisieren und zu denazifizieren das sind zwei wörter die in der russischen sprache noch gar nicht so richtig verwendet wurden also zu denazifizieren das erinnert ja an die entnazifizierung von deutschland und demilitarisieren oder ist ja auch ein begriff der eigentlich aus dem aus dem post nazistischen deutschland verwendet wurde von den usa aber natürlich würde wladimir putin nicht bestreiten dass er jetzt mit vielen panzern diese eine kolonne vor kiew die 60 kilometer das würde auch er nicht bestreiten er würde das nur nicht krieg nennen sondern spezialoperation aber unabhängig davon was wörter sind auch er würde die realität anerkennen es kämpfen russische soldaten gegen ukrainische soldaten es kommt die russische armee und dringt immer weiter vor jetzt auch in der südküste der ukraine und die ukrainische armee versucht sie aufzuhalten beziehungsweise auch mit gegenattacken auf der krim vor einigen tagen auch die krim zurück zu erobern also im grunde streiten sie nur über den begriff spezialoperationen versus angriffskrieg aber sie würden nicht bestreiten dass panzer raketen und minen auf dem gelände sind und dort militärische kämpfe stattfinden trotzdem muss man bestimmte begriffe verwenden die ja dann auch einen bestimmten kontext mit sich ziehen beziehungsweise auch ausblenden angriffskrieg blendet ja zum beispiel die frage nach ursachen aus beziehungsweise behauptet erstmal eine aktion zu sein und nicht eine reaktion während man von bei verteidigung oder verteidigungsbündnis zum beispiel immer davon spricht alles wird nur eben in aktion treten wenn vorher eine aktion stattgefunden hat wie gehst du und was rätst du auch leuten wie sie damit umgehen sollen mit dem vorwurf um wenn man jetzt sagt gut ich sehe das und das passiert und ich sehe dort gibt es auch eine begriffe dafür aber ich versuche diese hintergründe zu verstehen auch von der seite die hier medial nicht abgebildet sind also letztendlich die frage nach verstehen der gründe und damit ist das immer schon eine rechtfertigung also das ist ja der vorwurf ja dann a du übernimmst die putin propaganda du bist ein putin freund wie sollte man damit umgehen es gibt ein schönes zitat im faust wo die berühmte gretchen frage kommt wie hältst du es mit der religion möchte gretchen wissen und faust versucht sich rauszureden und sagt nennens glück herz liebe gott gefühl ist alles und wo sie dann noch ein bisschen nahe hackt sagt faust dann name ist nur schall und rauch umnebeln himmelsglut also faust versucht sich darauf auszuwinden aber die botschaft von ihm ist ganz wichtig auch für unsere diskussion dass die begriffe in wirklichkeit manchmal wirklich uns vernebeln und zwar manchmal bewusst manchmal unbewusst stattdessen und das ist mein ratschlag würde ich versuchen durch die begriffe hindurch zu schauen also unabhängig davon ob wir das jetzt spezialoperation oder denazifizierung oder de ukrainisierung nennen dass wir uns nicht von begriffen vernebeln lassen sondern uns wirklich anschauen was genau ist passiert wir hatten zum beispiel in mariupol die kämpfe wir hatten in butscher die toten auf der straße und da gab es ja wiederum diese diskussionen aber waren die wirklich tot waren das vielleicht schauspieler hat sich da nicht irgendeine hand bewegt und stammen die bilder wirklich vom ersten april oder vom zweiten april und was genau ist da passiert ich würde also sagen und das ist vielleicht für einen rhetorik trainer etwas ungewöhnlich entledige dich der begriffe und schau direkt auf die welt also ich sag das noch mal entledige dich aller begriffe du kannst sie trotzdem nutzen aber schieb sie beiseite und schau mit einer lupe wie ein biologe sich irgendeinen mini bakterium anschaut ohne sich jetzt genau zu fragen wie heißt dieses bakterium sondern guckt sich einfach an was macht das bakterium wohin geht das was frisst das bakterium genau das würde ich versuchen mir anzuschauen und da kommen wir aber zu der frage die wir anfangs kurz angedeutet haben woher komme ich denn überhaupt an die informationen weil es gibt ja offensichtlich und gestern abend habe ich russische nachrichten gesehen zwei völlig unterschiedliche erzählungen gerade ganz heiß wir führen das interview ja ende august ist ja die diskussion und das atomkraftwerk in zaporizia da sagt ja die eine seite also die ukraine sagt die russen beschießen das und gefährden damit die ganze welt oder ganz europa und die russen sagen die ukraine beschießen das atomkraftwerk und natürlich wenn wir hier du und ich jetzt sitzen in unseren netten wohnzimmern wir sind ja nicht vor ort wir können das nicht beobachten wir werden das auch sicherlich nicht machen obwohl wir dahin fahren fliegen könnten aber wo auch welche informationen beziehen oder berufen wir uns und da gibt es natürlich quellen beispielsweise das staatsfernsehen also ich bin zum beispiel kein großer fan vom staatsfernsehen weder die berichterstattung von ard und zdf also wenn karen miozga mir mit ihren moralisierenden augen ganz traurig die die zahlen der neuinfektionen 2020 21 vorgetragen hat das war jetzt nicht meine erste quelle für für corona also ich finde generell staatsfernsehen eine schlechte idee weil staatsfernsehen natürlich direkt bezahlt und kontrolliert wird von dem staat deswegen heißt es ja staatsfernsehen oder öffentlich rechtlicher rundfunk das heißt also ich würde weder auf die ukrainischen nachrichten schauen vom urdes ukrainische staatsfernsehen noch auf das russische staatsfernsehen weil die sind offensichtlich gebiased also die sind offensichtlich nicht neutral aber dann stellt sich die frage was ist denn mit cnn ja ist halt ein privatsender aber in den usa was ist mit bbc ist zwar ein privatsender aber eben great also england oder was ist jetzt mit der zeit ja ist eine unabhängige wochenzeitung schon mal nicht staatlich kontrolliert also schon etwas besser und dann kommen wir so zu zu so einer abstufung der medien je weiter weg vom staat desto grundsätzlich mal besser ja also da habe ich schon mal nicht die vermutung dass jemand extrem bezahlt wird und dann ist aber die nächste frage aber was ist denn das gute also wo sollte ich mich denn informieren und da komme ich dann auf internationale organisationen die weder von dem einen staat von russland noch vom anderen staat von usa kontrolliert werden das ist so das bestmögliche was wir als normal sterbliche wenn wir jetzt nicht komplett auf einer oder anderen seite schon sind und unsere gehirne von einer west oder ost propagande durchgewaschen sind dass wir uns da mal informieren beispielsweise das internationale komitee des roten kreuzes das ist eine organisation die seit über 100 jahren in konflikte reingeht sich bemüht um verletzte um kriegsgefangene und auch berichte macht über die ukraine und das ist eine organisation die der genfer konventionen sich verschrieben hat die also extra dafür gegründet wurde von vielen staaten damit sie diese kriegs geschehen dokumentiert und die auch selbst sich auf die fahnen geschrieben hat neutralität und schutz von den schwächsten in der gesellschaft wenn man da drauf guckt und sich beispielsweise auch den bericht zu butcher durchliest dann ist es sicherlich glaubwürdiger als jetzt cnn oder fox oder vielleicht auch den anti spiegel oder wie sie alle heißt russia today sich mal durchzulesen wo es ganz klare verbindungen gibt zu einem der zu einem der staaten und vielleicht nenne ich mal noch etwas beispielsweise unhcr also united nations high commissioner for refugees also der flüchtlingskommissar der vereinnationen wenn man da auf die seite geht und die sind übrigens auch auf deutsch übersetzt also man muss das englische gar nicht mächtig sein die sind werden immer auch übersetzt in die hauptsprachen da kann man sich auch durchlesen was über die flüchtlinge was über die attacken was über die krankenhäuser die zerbombt werden bzw auch die soldaten die sich dort oder hier verschanzen und ich möchte gar keine inhalte vorgeben hier sondern einfach mal auf die unhcr seite zu gehen oder human rights watch ja bei human rights watch könnte man wieder sagen ja aber die haben den sitz in new york und die sind auch so ein bisschen von den usa bezahlt könnte man wiederum so ein bisschen streiten bei human rights watch aber zumindest die unorganisationen oder die osze beobachter die also weder von russland noch von der ukraine sozusagen beweisungsgebunden sind sondern beispielsweise beobachten was ist da eigentlich passiert und da vielleicht auch ein beispiel es ist ja als es angefangen hat sehr viel davon die rede gewesen dass 14.000 menschen von der ukrainischen seite getötet worden sind in donbass seit 2014 und diese zahl ist tatsächlich ungefähr richtig aber wenn man sich die osze beobachter mission durchliest dann findet man heraus dass diese 14.000 jetzt nicht von den ukrainern an an russischen opfern gegeben hat sondern dass diese opfer sich ungefähr gleichmäßig verteilen leider viele zivilisten leider auch viele militärs also die zahl ist richtig sogar von putin genannt aber die verteilung der opfer und der angriffe die wird in den medien leider nicht ganz so genau dargestellt und noch mal bei der osze also organisation für sicherheit und zusammenarbeit in europa da sind leute die weder von putin noch von der ukraine von selensky die erweisung kriegen und wo auch beide staaten zugestimmt haben dass diese unabhängigen beobachter in diese region reingehen und das sind die aus meiner sicht bestmöglichen informationen natürlich kann man auch hier und da mal etwas anzweifeln aber wir müssen uns als mündige bürger ja fragen was ist denn relativ die beste information ist nicht die absolute große wahrheit es gibt keine heilige schrift zumindest wenn man atheist ist sondern dass wir uns angucken welche quellen sind denn halbwegs neutral und da schaue ich auch sehr gerne selber drauf gleichzeitig aber schaue ich gerne auch die propagandanachrichten aber ich glaube wenn man ohne hcr usze beobachter mission und internationales komitee des roten kreuzes sich anschaut da ist man schon auf der neutralst möglichen seite das heißt es ist die eine sache wie du auch sagst sich die fakten anzuschauen philosophisch gesprochen würde man vielleicht sagen mit der phänomenologie zu den sachen selbst dass die worte die begriffe erstmal außen vor zu lassen und du würdest eben raten so weil so nah wie möglich dann auch eben an solche daten und fakten zu gehen vielleicht dann die 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 augen die wie heißt es die das was man dort wahrnimmt vor ort genau aber trotzdem sind wir ja auch in einer welt die durch erzählungen geprägt wird und da wäre eben die frage wie stellen diese erzählungen dann das einzelne wahrgenommen den den fakt in welchen kontext wenn man jetzt eine bestimmte zahl hört dann sagt es einem vielleicht auch erstmal noch nicht so viel oder beziehungsweise man man hat dann eigene konnotationen damit sobald man aber auch ein anderes narrativ bekommt ja das große narrativ von dem auch klaus schwab spricht wird es anders eingeordnet und schon sind die fakten nicht mehr einfach nur neutral sie sind einfach da und wir brauchen ja auch solche narrative wir leben davon uns eine bedeutung eben in die dinge jahre hinein zu projizieren beziehungsweise versuchen sie aus ihnen heraus zu zu ziehen gibt es bei diesen seiten die du genannt hast auch solche sagen wir mal hintergrund berichte die versuchen und ich sage jetzt das wort narrativ oder erzählung neutral die versuchen eben dort ein der wahrheit verpflichtet das narrativ auch zu stricken beziehungsweise auch zu präsentieren so dass ich das gefühl habe hier werden mir nicht nur einfach daten und fakten geliefert sondern wie hier wird es auch so unvoreingenommen wie möglich eingeordnet ja das schöne möchte ich fast sagen an den von mir genannten seiten ist dass es eben kein narrativ gibt also es wird bewusst nicht eingeordnet weil natürlich zum beispiel das internationale komitee des roten kreuzes ja sich zur neutralität verpflichtet hat und deswegen bewusst nicht dass in den kontext zum beispiel der nato ost erweiterung stellt das ist ja das was john mersheimer oder norm chomsky oder henry kissinger ja auch jetzt aus dieser westlichen welt verlautbaren und das in diesem kontext der nato osterweiterung stellen dass putin sich verteidigt dass putin nicht möchte dass raketen direkt an der ukrainischen grenze oder us bio labore wie sie es so schön heißt gestellt in der ukraine direkt an der russischen grenze dargestellt werden und das finde ich eben das schöne natürlich brauchen wir narrative aber ich würde sagen wir müssen hinter die narrative schauen genauso wie wir hinter die begriffe schauen dass erst mal ob das jetzt so richtig ist was dieses narrativ mir erzählen möchte zum beispiel das narrativ der nato osterweiterung das direkt an der russischen grenze dann die nato stützpunkte oder die nato insgesamt eine gemeinsame grenze hat wenn man sich das wirklich faktenmäßig anschaut also einfach die grenze von russland anschaut vor dem ukrainekrieg dann sind natürlich die drei baltischen staaten haben eine gemeinsame grenze bereits mit russland also ein paar hundert kilometer von st petersburg entfernt natürlich hat man auch polen was seit jahren schon in der nato drin ist eine gemeinsame grenze und dann und dann stellt man sich die frage ja okay wenn jetzt die ukraine dazu kommen würde hätte dann russland plötzlich ganz neu eine grenze mit der nato oder besteht die grenze mit der nato bereits und das ist zum beispiel etwas was man unabhängig vom narrativ sich einfach mal auf der weltkarte anschauen könnte und narrative das ist ja das problem an narrativen sie können extrem manipulativ sein deswegen bin ich kein freund von narrativen auch wenn ich natürlich weiß dass narrative die welt so schön einordnen und auch so schön erklärbar machen mit ein paar wenigen sätzen sagt man der eine sagt nato osterweiterung der andere sagt dies und der sagt jenes und dann hat man sofort in vier sätzen die welt verstanden und was ich anbiete ist ja etwas komplizierter das ist das narrativ aufzumachen die begriffe aufzumachen und direkt auf die realität drauf zu schauen und ich glaube dass wir versuchen sollten auch beim thema corona ja viele viele deiner ich glaube mittlerweile 2260.000 abonnenten sind ja froh um einen gunnar kaiser weil er eben nicht ein narrativ aus ard oder zdf widerspiegelt sondern weil er versucht mit experten und statistiken zu argumentieren um das hauptnarrativ aufzudröseln und genau das wäre die richtige meiner ansicht nach herangehensweise auch an jeden krieg dass man sich ganz genau anschaut was passiert vor ort und sich idealerweise ich weiß es ist schwierig gar kein narrativ zusammen schustert sondern sich wirklich die realität so anschaut wie sie ist aus den möglichst neutralen quellen und daran kann man auch sehen welches narrativ falsch her ist das putin propagandanarrativ oder das nato propagandanarrativ aber das soll wie gesagt jeder für sich selbst herauszufinden von mir genannten seiten geht wie hast du es für dich herausgefunden also das ist eine starke behauptung erkennen zu können welches narrativ falscher ist würde ich sagen was ist deiner meinung nach das falsche narrativ also ich glaube das schöne an fakten ist ja es gibt ja in der philosophie zwei arten von wissen es gibt ja dieses normative wissen und das empirische wissen das empirische wissen ist wenn man sich einfach die realität anschaut beispielsweise am ende wenn dieses interview auf youtube ist kann man ja nicht darüber streiten ob das jetzt 30 minuten oder 30 stunden gedauert hat unser interview sondern das ist ja mit dem bloßen augenschein feststellbar und das sind diese empirischen fakten und bei den normativen fakten da wird das natürlich ganz schwierig das ist beispielsweise die frage sollte man sich als gesunder 37 jähriger impfen und das ist dann wiederum fast schon eine moralische frage die damit dann zusammenhängt ob ich gewisse solidarität zu meinen mitbürgern habe wenn ich selber davon nicht betroffen bin und das ist die frage die auch normative komponenten hat aber die auch empirische komponenten hat und dann gibt es rein normative fragen zum beispiel darf man in notsituationen lügen das ist so eine rein normative frage die jetzt gar keinen empirischen bezug hat also zusammengefasst empirische fragen wie zum beispiel wie schwer ist diese schokolade die kann man eben nachvollziehen physikalisch dann gibt es diese mischung von normativ und empirisch da wird es dann ein bisschen schwieriger und dann gibt es rein normative fragen da kann man tatsächlich nicht herausfinden was denn tatsächlich sache ist und wenn wir uns beispielsweise jetzt mal empirischen behauptungen entgegnen beispielsweise den denazifizierung von der ukraine das ist ja beispielsweise etwas was ja eine empirische ein empirisches statement ist also das ist und ukraine sehr viele nazis gibt und dass die ukraine denazifiziert werden muss und da würde ich empirisch fragen okay das ist jetzt ein statement von putin was für belege führt er jetzt an also wie viele ukraine sind denn nazis wie viele ukraine und auch nazis in welchem sinn also sind das nazis die gegen die juden sind oder sind das nazis gegen die russen sind und da würde ich dann auf die tatschen gucken die tatsächlich vorliegen und beispielsweise meine ansicht als politologe ich gucke mir dann beispielsweise an wie viele prozent die ukrainischen nazi parteien bekommen haben also das pendant zur npd und den ganzen völkischen parteien und dann gucke ich mir das an und stelle beispielsweise fest dass bei der wahl 2019 diese parteien in einem konsortium also in dem sie koaliert haben nicht mal ins parlament gekommen sind also sie hatten insgesamt unter drei prozent und dann stelle ich mir die frage okay wir haben also das ergebnis das objektive ergebnis bei bundestagswahlen also alle parteien werden werden nicht auf diese drei prozent kommen dann stelle ich mir die frage aber gibt es dann irgendwelche aufwärsche ja also gibt es dann vielleicht etwas was außerhalb der politik passiert also vielleicht vielleicht gibt es irgendwelche nazis die durch kiew laufen gruppierungen laufen durch lwov laufen und die mit fahnen fordern dass entweder juden oder russen aufgehängt werden oder erschossen werden sollen und wenn ich danach recherchiere dann finde ich immer wieder die gleichen bilder die auch im russischen fernsehen genommen werden aus alten jahren aus beispielsweise dem dem putsch 2014 die immer wieder gespielt werden auch vom asov bataillon und dann stelle ich mir die frage ja gut aber warum werden immer wieder die alten bilder rausgeholt und was sind denn die statements der asov leute heute was wollen sie denn machen oder gibt es den präsidenten der jüdische herkunft hat was gibt es von ihm also spricht er von irgendwelche auslöschung von russen oder auslöschung von juden und das sieht man halt eben nicht und wenn wenn man quasi die nazis oder einen aufmarsch von 100 nazis in kiew gleichsetzt mit einer nazi ukraine dann könnte man ja mit der gleichen logik auch in magdeburg einen aufmarsch von 100 deutschen nazis gleichsetzen mit einem nazi deutschland im jahr 2022 und so wage ich mich halt heran an so eine empirische these also es gibt nazis in der ukraine und neben meiner eigenen persönlichen erfahrung dass ich keine nazi in der ukraine getroffen habe das interessiert ja eigentlich keinen versuche ich möglichst über objektive kriterien herauszufinden was passiert hier und was ich feststelle ist natürlich gibt es auch in der ukraine ein paar nazis aber diese bilder die immer wieder gezeigt werden sind immer die gleichen bilder die hinterlegt werden mit einer ganz bestimmten musik und deswegen glaube ich nicht daran dass die ukraine eben von nazis durchseucht ist ansonsten würde man das ja in der politik merken stattdessen versucht die politik einfach nur den einmarsch oder das vordringen der ukrainer zu bekämpfen und nicht beispielsweise bewusst alle die russischsprachig sind in gefängnisse oder kz zu stecken und das mal etwas radikaler zu sagen und das versuche ich dann mit jeder these zu machen die beispielsweise ein putin aufstellt und ich stelle in meiner analyse fest das ist auf der putin propaganda viel viel mehr unrechte bzw unrichtige behauptungen gibt als auf der seite der westlichen staaten wobei beispielsweise um da auch etwas klarheit zu bekommen ich sage nicht dass die ukraine ein perfekter staat ist es gibt extreme korruptionsprobleme von denen ich auch persönlich mitbekommen habe also ich möchte hier nicht sagen dass es ein white label superstaat ist der seit jahrzehnten alles richtig macht und schon lange in die europäische union gehört so weit würde ich auf gar keinen fall gehen es gibt probleme wie beispielsweise die korruption die gibt es beispielsweise auch in russland es gibt kleptokratie es gibt oligarchen in der ukraine genauso wie eben in russland aber diese behauptung dass die ukraine denazifiziert werden soll da bin ich mal gespannt auf das was auch in den kommentaren kommt an belegen man wird immer hunderte vielleicht auch mal fünfhunderte aufmärsche von von nazis finden auch in deutschland auch in russland auch in frankreich aber das gleichzusetzen mit 40 millionen ukrainern das ist eine objektiv nicht haltbare these und das ist genau das was ich meine mit empirisch der wahrheit näher kommen bei empirischen datenfakten kann man es durchaus bei rein normativen fragen beispielsweise sollten wir die ukraine mit schweren waffen beliefern das ist wiederum eine moralische haben wir eine moralische verantwortung das ist eine ganz andere diskussion bei mir war ruprecht polenz der gesagt hat wir haben eine moralische verantwortung die ukraine zu unterstützen mit allem was wir haben und scholz ist viel zu zögerlich und scholz macht das nicht das ist wiederum die dritte box das ist diese box der normativen fragen die kann man jetzt nicht mit ja oder nein oder mit wahr oder falsch beurteilen aber die behauptung jemand wäre ein zum beispiel ich wäre ein nazi das müsste man ja nachweisen können indem ich etwas gesagt habe in meinem podcast auf meinem youtube kanal in meinen büchern die du erwähnt hast einfach so zu sagen blatt ist ein nazi oder blatt ist ein putin verstehe das ist zu wenig ja und dieser bezug auf die empirie ist unglaublich wichtig es wäre schön wenn es eine art fakten checker gäbe der auch unvoreingenommen ist in dem sind soweit es geht in dem sinne dass er eben von den an von den verschiedenen seiten auch die fakten checkt und nicht eben nur von von einer seite denn das ist natürlich auch die gefahr man kann sich in dieser verengung auf eine seite und auf einen fokus natürlich da auch fakten checken und da auch oft recht haben letztendlich aber den kontext ausblenden weil man es von der anderen seite nicht gemacht hat ob da nämlich nicht auch die gleichen lügen oder ähnliche lügen oder vielleicht weniger schwerwiegende lügen auch zu finden sind und propagandamittel und du hast auch gesagt ja ich würde dann putin fragen oder die politik fragen wo sind denn die beweise dafür für deine behauptungen das war auch etwas was wir bei corona oft gefragt haben ja zeig mir die studien wir haben sogar wenn ich das mal erwähnen darf daraus ein hashtag gemacht und auch ein merch zeig es mir ja zeigt mir die studien die sagen dass masken in der in der schule irgendwas bringen beziehungsweise dass das was sie bringen sollen an nutzen für die gesundheit tatsächlich in erheblichem maße die schäden übersteigt die die dazu befürchten sind anderes thema aber es ist natürlich sehr schwer oder teilweise unmöglich eben die politik darauf zu drängen dann dort das auch zu zeigen was ja klar ist weil es ja oft nur propagandabehauptungen sind die eine bestimmte richtung unterstützen sollen gehen wir da noch mal drauf einmal das ist ja auch wirklich dein thema die frage ist zum einen wie kann man denn die propaganda erkennen das hast du glaube ich jetzt ganz gut dargelegt und zum anderen wie geht man damit um wenn man den verdacht hat ja unsere welt verändert sich auf eine gewisse weise aufgrund dieser propaganda und manche menschen sind vielleicht auch propaganda opfer und jetzt gebe ich mal das beispiel wenn ich auf einmal ganz viele hashtags mit stand with ukraine oder stop the war sehr das profilbild auf facebook wird geändert in die ukrainische flagge die flaggen wehen in sogar in schweden habe ich diese farben gesehen dann begrüßt man das natürlich auch auf der einen seite weil ja natürlich sind wir gegen den krieg und irgendwas muss man ja tun also warum nicht das profilbild ändern auf der anderen seite hat es eben so eine art massendynamik erreicht wie gehst du persönlich damit um hältst du dich davon fern und sagst es das ist dann geht man letztendlich auf die propaganda der anderen seite ein man sollte da ja neutral möchtest du ja oder sagst du kann man auch nicht sein denke ich auch aber versuchen dann einen schritt zurück zu gehen um auch verständnis für die andere seite zu zeigen oder sagst du das sollte jeder eben so handeln wie er das möchte ja vielleicht möchte ich die antwort beginnen mit einer traurigen wahrheit die mir gar nicht gefällt die wir auch in der corona zeit gesehen haben leider ist der mensch ein herdentier und leider sind die meisten menschen mitläufer egal was passiert also egal in welcher zeit wir leben 50 60 prozent der leute machen einfach mit was ihnen vorgekaut wird also stichwort maskentragen impfungen sie fragen sich ja gar nicht was die fakten sind oder deine schöne tasse zeigt es mir das ist ja letztlich ein ganz altes nicht röme doch glaube ich römisches rechtsprinzip da michi faktum da bo tb us also zeigt mir die fakten und ich gebe dir recht ja also zeigt mir wo ich was gemacht habe und dann gebe ich dir auch recht aber einfach nur behaupten das ist nicht ausreichend und zu deiner frage mit den hashtags und mit den profil bildern ich habe auch viele freunde von denen ich nicht weiß ob sie drei ukrainische städte auf zeigen können die dann das profil bild verändert haben und ich muss leider befürchten dass die meisten einfach mit dem mainstream mit schwimmen und einfach gerne teil der herde sind das ist nun mal leider eine beobachtung die wir auch in der geschichte sehen also wenn sich die politik verändert und etwas fordert die meisten leute sind dann sofort dabei also die opposition ist meistens in der minderheit wird langsam ausgeschlossen ausgegrenzt und das was der mainstream ist das wird immer weiter aufgebläht das haben wir in der coronakriege gesehen und da gehen die menschen mit weil sie auch cool sein wollen also es ist cool mit der ukrainischen flagge auf whatsapp oder auf telegram zu sein es ist cool zu sagen i stand with ukraine und ich möchte das aber gar nicht verteufeln weil das einfach die menschliche natur ist wenn man cool sein möchte wenn man dazugehören möchte wenn man nicht ausgeschlossen werden möchte dass viele leute die selber nicht die fakten suchen einfach zur sicherheit weil da fühlt man sich sicher dass ich zur mehrheit gesellen was wir aber wiederum machen können als bürger die vielleicht einen guten artikel beispielsweise von der osze oder vom unhcr oder vom roten kreuz gelesen haben dass wir das vielleicht mal posten einfach mal zum lesen auf facebook wenn wir 200 abonnenten haben oder auf youtube wenn wir tausend abonnenten haben oder einfach mal den fünf freunden mit denen man darüber sowieso streitet und dann ist der diskurs zumindest im kleinen rahmen ein wenig verbessert worden und das ist ja das schöne dass wir gleichzeitig akzeptieren können einige leute wollen einfach nur cool sein und sich einfach die ukraine flagge ins fenster kleben obwohl sie nicht mal zehn euro gespendet haben an irgendeine seite oder internationale organisation aber ich würde sagen das akzeptieren einfach mal als empirische tatsache dass die meisten einfach mitläufer sind die auch sagen ja ich lasse mich impfen weil alle anderen haben es ja auch gemacht ja das ist ja ein häufiges argument oder ich trage die maske weil alle anderen haben ja auch die maske oder ich trage die ffp obwohl sie gar nicht vorgeschrieben ist weil die anderen ja auch ffp tragen weil ja ich habe ja zwei masken dabei warum nicht einfach die ffp nehmen obwohl sie zum beispiel im zug heute zumindest nicht vorgeschrieben ist das heißt ich würde nicht schimpfen über diese leute die immer der mehrheit anhängen sondern ich würde wie wir es am anfang des interviews gesagt haben versuchen hinter die narrative zu gucken auf die zahlen daten fakten zu gucken und wenn ich mal einen guten artikel habe und das kann jeder von uns tun dann kann man den in eine kleine gruppe bei facebook teilen und einfach sich darüber freuen wenn leute den anklicken oder natürlich wie wir es machen dass wir mit unseren etwas größeren youtube kanälen für aufklärung sorgen und versuchen den leuten auch unterschiedliche sichtweisen darzustellen und wie gesagt ich verstehe auch dieses narrativ der nato ost erweiterung ja das hat haben zwei drei gäste in meiner sendung auch gesagt aber man muss dann wirklich gucken wie überzeugend ist es dann dass jetzt nur weil die ukraine zusatzgrenze mit der nato dazu gewinnen würde es gibt ja schon eine nato grenze und warum ist es keine gefahr dass das baltikum direkt an russland dran ist oder das polen direkt an russland dran ist oder auch das narrativ beispielsweise dass die nato sich immer nach osten ausgeweitet hat und immer weiter russland bedrängt hat wenn man vielleicht sich auch die frage stellt wollte polen nicht freiwillig in die nato das ist ja auch so eine geschichte ja also wer hat die nato ost erweiterung eigentlich vorangetrieben wollte polen nicht in den schutz der usa weil polen wir erinnern uns an dem top molotov pakt ja einfach mal durch zwei geteilt wurde zwischen hitler und stalin und polen schon die ganze zeit in eine sicherheitsarchitektur rein wollte die eben von russland frei ist also die standard nato osterweiterung auch mal anders her denken dass die baltischen staaten und polen selber die initiative ergriffen haben und gebetet haben dass sie in die nato reinkommen weil eben russland immer als aggressor wahrgenommen wurde und diese dinge wenn man da reinschaut von wem ging die initiative aus was war die geschichte der baltischen staaten die dann in die sowjetunion einverleibt wurden wenn man sich da ein bisschen mehr geschichte geschichte beschäftigt kann man auch hinter dieses nato osterweiterungsnarrativ schauen und verstehen dass das möglicherweise auf wackeligen füßen steht und das würde ja den diskurs auf jeden fall schon mal verbessern wenn man dafür auch eben raum gibt also diskurs verbessern hast du gesagt ich denke das ist auch dein übergeordnetes ziel bei deiner arbeit bei deinen büchern bei deinen videos auch mein ziel würde ich sagen und das kann man glaube ich noch zumindest müssen müssen wir müssen wir alle daran arbeiten ich denke immer dass man schon darauf gucken sollte was macht die masse und das hinterfragen sollte ohne sich aber dann eben ja dieses umkehrschloss schuldig zu machen dann hat auf jeden fall die andere seite automatisch recht und auch ohne dann sozusagen den den diskurs abzubrechen deswegen oder die anderen eben zu verachten dafür dass sie dann mitläufer sind weil man natürlich auch gerne mitläufer ist mit der rebellischen meinung ich mache jetzt natürlich dann extra was weiß ich eine russland flagge auf meinem profil obwohl ich auch keine drei russischen städte nennen kann und das sind ja alles super spannende fragen die wir glaube ich auch vertiefen sollten also ich fände es sehr interessant mit dir vlad darüber noch mal zu sprechen ich fände es interessant wie ihr meine lieben zuschauer über dieses thema denkt vlad hat glaube ich hier so einiges auch genannt wo mich eure meinung interessieren würde was zum beispiel diese quellen angeht die sind auch in der video beschreibung verlinkt oder was die frage nach der nato osterweiterung angeht wenn ihr vorschläge habt auch für weitere themen videos interviews in richtung ukraine konflikt angriffskrieg spezial operation und russland dann schreibt es gerne auch in die kommentare vlad vielen dank für das schöne gespräch immer ein vergnügen das war's für heute bei kaiser tv ich würde mich freuen wenn wir uns ab jetzt immer dienstag sehen zum nächsten live stream of consciousness wie immer und am freitag zum exklusiven live stream im kleinen kreis anmelden könnt ihr euch über patreon oder sub stack alle links sind in der beschreibung alles könnte natürlich nachhören auf den gängigen podcast plattform dieser soundcloud itunes was da alles noch gibt spotify und herzlichen dank auch für eure unterstützung diese inhalte werden voll und ganz von euch ermöglicht durch eure spenden und unterstützung vielen dank dafür findet ihr auch alles weitere in der video beschreibung wie ihr das machen ich empfehle zur lektüre natürlich alle bücher blind von vlad yachchenko und dafür findet ihr die links auch in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten mal macht's gut